Scheißviecher da überall. Und noch ne Kackvieche da. Hallo und wieder herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Wir sind hier heute wieder im Überlebensmodus. Ich denke mal ich werde es jetzt so machen, dass ich einmal also Minecraft dann abwechseln. Einmal Bad Boys oder so. Multiplayer-Modus. Einmal Überlebenskampf. Oh, ich muss was essen wieder. Ich denke mal ich werde es so machen. Also. Ja. Was mache ich jetzt? Fährt. Mal gucken. Das ist auch nicht viel gewachsen bis jetzt. Ja. Was mache ich jetzt? Ich glaube ich brauche erst mal. Shit, Alter. Oh, das tut mir aber jetzt mal nicht leid. Da sind noch Kühe. Ich brauche Kühe. Was zum Essen. Oh, drei Stück. Gleich. Wo ist denn hier ein... Ach, da oben ist dieses Scheiß. Da gehe ich aber jetzt nicht hin. What the fuck geht's da runter? Alter. Gibt auch bestimmt viel. Ich tue mal jetzt kein Pferd schlachten. Oder doch. Ich will mal gucken. Kriege ich da was? Ne, ich kriege da gar nichts. Also. Tut mir leid, aber jetzt weiß ich's. Ja gut. Ich brauche wieder was zu essen. Da gehe ich jetzt mal nicht rein. Och man, das ist so blöd, wenn ich nicht rennen kann. Oh fuck. Nein. Scheiß Fieder. Ähm, ja. Fleisch. Hier hab ich noch eine Drohe. Hab ich eigentlich? Ne, ich hab gar nichts an Fleisch. Ich hab nur Leder. Wie die einfach mal in die Wand reingeht, die Kiste. Ähm, ja. Hm. Ich... Ich... Ich nehm gleich mal die zwei schon mal. Das reicht ja schon. Ähm, ja. Ich geh vielleicht heut sogar noch... noch mal da rein. In die Höhle. Die dunkle, dunkle Höhle. Da. So. Hier gibt's nämlich noch was Schönes. Wenn ich jetzt mal wieder relativ believe рыbe, Ich hab nach saubern. Schöne wieder. Wie ist denn das? Ich hab jetzt noch mal was. Ich hab nach saubern. Wo denn jetzt, oh erster Deutsch? Gut Lewen ja. 000лена. Danke dir. mich einfach hier hinter der Lava herbaue das tue ich aber auch gleich erstmal weg und das tue ich glaube mein Fleisch ist nämlich jetzt auch fertig, ja es ist fertig und tue ich das da rein so was mache ich jetzt als nächstes ich glaube ich weiß nicht ob ich mir so ein so ein so ein Eisenerzschwert holen soll ich überlege gerade ja ich hole mir mal eins oder habe ich schon eins ne oder ne achso da brauche ich die die brauche ich dafür und eins so eins hammer und was mache ich jetzt ich glaube ich tue erstmal alles was ich brauche hier rein das kann da rein es muss man immer dabei haben ich habe eine Idee ich wollte jetzt mal gucken ich weiß nämlich gerade nicht wie man einmal bauen kann warte mal ich möchte erst mal ein bisschen hier noch mal die Map erkunden gehen wir noch mal ein bisschen auf der Map lang gehen wir mal dahinter so einfach mal hier so her so schön ist ja nur Wasser hier da ist eine Kuh ich aber nicht haben will jetzt oh fuck hier war wieder hier sind ja nur so Löcher da ist eine Kuh ah ja jetzt weiß ich es wieder ich gehe doch wieder zurück jetzt weiß ich es wieder bam bam puff okay das fand ich lustig schlicht ist der Flachwitz aber gut ich weiß wie ich einen Eimer baue ich brauche erstmal was zu essen so es geht doch mit Eisenbahn so ich nehme gleich drei Eimer jetzt will ich nämlich mal was probieren die füllen wir jetzt hier auf ich wollte nicht ins Wasser springen aber gut ach da komme ich nicht hoch ich will mal was probieren scheiß Viecher da überall und noch eine Kackvieh da noch nicht hier ist noch irgendwo ein Vieh nee jetzt nicht mehr schade ich habe mir darunter was anderes vorgestellt ich weiß vom Freund weiß ich nämlich dass darunter was schönes ist was ganz schönes aber das will ich euch nicht verraten hier ist aber auch noch was schönes das bauen wir auch mal schön ab Mann ist ja viel Kohle findet man immer sauviel hier ist nichts mehr so geh mal wieder zum Ausgang ich weiß aber nicht ich habe mal eine Idee vielleicht grabe ich mich einfach mal tiefer ich baue jetzt mal sowas schönes weil ich treffe ich irgendwo auf dem Lavasee und das mache ich dann mit den Wassereimern das brauche ich dann dafür so auf welcher Höhe sind wir jetzt Höhe 35 also dürfen wir gleich eigentlich auf Lava stoßen hier hier dann hier ich ich hier just that can always so So, ich habe ja noch ein bisschen davon, baue ich dann wieder hier drauf, und jetzt geht es weiter. Ich will jetzt Lava haben. Oh, das mag ich. Das erleuchtet immer alles so schön. Das lasse ich dann mal stehen. Das erleuchtet mir dann den ganzen Weg. Alles brauche ich aber auch nicht. Das kann ich gar nicht mit dem abbauen. Ich brauche dafür ja... Da ist Erdboden. Kann ich nicht mehr abbauen. Ähm, ich mache hier einen Tunnel. Aber, wie es dann weiter geht mit unserer Kulmine, seht ihr dann wieder beim nächsten Mal. Dann, danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.